Ich denke, da oben steht gerade ein kleines, von den kleinsten Antiloten, die wir hier haben, das einzige, was wir mit haben. Ich denke, da oben steht ein kleines Flut, das nicht so lange wir sind, weil das nicht so lange nicht so richtig verletzen können. Edel-Geräusche Das ist wirklich schön. Ich hatte sie auf dem Rücken, das habe ich noch nicht. Auch hier. Das wird auch noch weit mehr benutzt. Ja. Der nimmt sie kurz. Und der die Insel aber gerade gestickt müsste ich jetzt leben. Nee, ich behalte die Reise. Ja, klar. Ja. Die habe ich auch. Die hat die Reise. Ach nee, die hat Eisbären. Aber die mit Usag auf geht wieder her. Ich habe meine. Das ist ein Sechster. Oh, 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 das ist ein Sechster. Das ist ein Sechster. Sieht ein bisschen normal aus. Das ist ein Sechster. Und der Kala sieht immer Kiguri. Ja, ja, ja. Das ist ein zweiter Kiguri. Mensch, hat den Entschuldigung der Kiguri. Das war ein Mund zum Verlieben. Ja, ne? Der Kima. Ja, das ist ein Sechster. Ja, das ist ein Sechster. Ja, ja. Und du hast eine Zuckerschnute. Das ist ein Müde, ne? Nee, die ist neugierig. Ist aber auch so rumgetobt heute. Im Stall sind ja keine Menschen, ne? So rumgetobt. Ja. Ja. Jetzt gehen sie gleich. Ja. Ja. Das ist ja fein, was du schon alle kennst. Ja. 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 Aber ich war so erstaunt am Sonntag, als sie diese Riesenstufe hinten alleine hoch und runter kam. Am wenigsten war sie noch wieder an der Köln in die Schuhe getroffen. Ja, ja. Hätte ich immer gern. Fußfest. Dass der Fuß da oben ist. Und für Gott sei Dank bin ich froh. Das ist ja frohlich. Ja, schlussweise. Ich bin so froh, dass es morgen nochmal schön ist. Ja, klar. Ach, das ist halt ein sehr schlechteres Lauf. Wartigell sechs, nicht mal. Warnigell bis gleich, wie lange gekommen ist. Ist ja schon auf seinem Erstdorf. Nee. Warnigell bis gleich, ne? Vergangenese, dass man auch ins Haus kann, irgendein. Vala kam ganz früh. Von hier hört man gar nichts. Von Alaini, was ist natürlich. Ein kleines Bild oder wie ein Eppi? Siehst du das? Ein Gorilla, ja. Ich schätze, dass bei Ihnen das Haus ähnlich lange wie die Nudeln ist. Ich schätze, dass bei Ihnen die Nudeln ist.